Für mich ist eine innovative Gemeinde eine Gemeinde, die immer wieder neue Dinge macht und auch Sachen für Jugendliche und die Jüngeren organisiert und macht. Eine Gemeinde, die vielleicht ein weiterer Projekte von der Legislaturperiode ist. Eine Gemeinde, die aktiv ist in verschiedenen Sektoren, sei es Kultur, sei es Bildung oder auch sonst Freizeit. Leider eher in dem Ungernbereich. Noch hier oben Mercedes Stern. Nein. pond6 schauen Sie die Alumni verbatim bar